Unweit von hier, in St. Leonhard, knapp 100 Meter von uns entfernt, in der anderen Kirche, hat man vor zehn Jahren bei Ausgrabungsarbeiten außergewöhnliche Skulpturenfunde gemacht, wenn Sie sie hier sehen, die zum Heiligrabaltar gehörend, eine Maria mit wunderbarer Farbfassung aus dem späten Mittelalter oder hier diese außergewöhnliche Beweinungsgruppe aus Terrakotta. Es sind Dinge, man muss wirklich betonen, das sind kunsthistorische Schätze, die eben nicht in einem Domschatz oder einem Museum oder in einer Kirche überdauert haben. Sie haben in den Schutzschichten in der Kirche überdauert und sie waren vergessen, sie sind auch nicht dokumentiert und sind in den letzten Jahren, nach mehr als 200 Jahren, wieder an das Tagessicht gekommen und wir sind sehr, sehr froh, dass wir Sie hier im Archäologischen Museum präsentieren können mit dem Atzmann, der auch, Sie sehen, er ist ein bisschen kleiner als ich, der ein herausragendes Stück ist. Hier wurde dann halt die Heilige Schrift draufgelegt und der Geistliche hat ablesen können. Also sie war quer verbaut, lag unten in den Fundamenten der St. Leonardskirche und ist seit wenigen Jahren wiedergewonnen. Und Sie sehen, sie wurde restauriert, vorsichtig in unseren Werkstätten, dass die Farbfassung so gut erhalten ist. Und wir hoffen natürlich, dass Sie die Besucher auch wirklich in Augenschein nehmen können, was wir hier Ihnen präsentieren wollen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bestimmt Proverbs 2, 2020